Großstadt-Klein. 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 Herzlich Willkommen in der Wunderwelt des Til Schweiger. Der Film, über den wir heute sprechen, ist Großstadt-Klein von Tobias Wiemann, geschrieben und inszeniert. Gerade bei dem Film, nicht unwichtig, produziert von Til Schweiger. Der junge Ole lebt im hintersten Zipfel von Meck-Pomm, von Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde Meck-Pomm zu sagen immer so seltsam, aber das ist ja der offizielle Spitzname von Mecklenburg-Vorpommern. Dort lebt dieser Junge und hat ein vollkommen gemütliches und zufriedenes Landleben. Mit seinen zwei Kumpels fahren sie immer Schwalbe, also diese alten DDR-Motorroller, tunen ihn ein bisschen, haben da Spaß, machen Wettrennen, gucken irgendwie, wer schnell ist und so weiter und so fort. Loser. Alles ist easy peasy, alles ist irgendwie cool, aber dann schicken Oles Eltern Ole plötzlich zu einem Praktikum nach Berlin. Und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Er weiß nicht, warum muss ich denn jetzt hier irgendwie meine Idylle verlassen, wieso muss ich jetzt in die Stadt, ich will da gar nicht hin. Und wohnen soll er bei seinem Cousin Rocco. Tag, ich bin's, Ole. Ich bin's, Rocco. Er lernt die junge Franzi kennen, in die er sich standepede verliebt. Ich hab noch nie auf der Rückbank eines Autos rumgemacht. Jetzt muss aber die ganze Familie eines Tages wieder zurück aufs Land, zurück nach Meckpom, denn der Opa von Ole ist gestorben. Der steckt eigentlich hinter dieser ganzen Geschichte. Warum das eigentlich so eine große Familiengeschichte ist, die da erzählt wird, das erfahrt ihr, wenn ihr ins Kino geht, um groß statt klein zu gucken. Man muss es eigentlich immer wieder sagen, das Problem, das der deutsche Film auf gar keinen Fall hat, ist ein Darstellerproblem. Es gibt so geile Schauspieler in Deutschland, wirklich, die sind toll. Auch hier wieder Jakob Matschens als Ole, als Hauptfigur, die irgendwie das Zentrum des Films und alles zusammenhält, super. Und natürlich, das ist ja besonders wichtig bei diesem Film, das große Kino-Schauspiel-Debüt. Rocco wird gespielt von Klaas Häufer-Umlauf, bekannt durch das Moderations-Duo Joko und Klaas. Der macht einen super Job. Ich habe da tatsächlich auch nicht besonders dran gezweifelt, also weil das auch eine Figur ist, die dem liegt, die quasi dieser schnoddrigen Art, die dem immer nachgesagt wird, so ein bisschen entgegenkommt. Das funktioniert eben als gespielte Figur auch total gut. Das macht super Spaß. Da habe ich eine große Freude dran gehabt an Klaas in dieser Rolle, in diesem Film. Wie gesagt, am anderen Cast auch. Jütte Merle Börnsen spielt die Franzi. Ich kannte die vorher nicht so und ich finde die wahnsinnig toll. Ich habe die jetzt schon in zwei Filmen gesehen und die hat immer so einen gewissen Charme, dem ich mich auf jeden Fall nicht widersetzen kann. Dann spielt noch Tobias Moretti mit, den ich früher eigentlich nie so mochte, aber der mittlerweile irgendwie geil wandlungsfähig geworden ist und alles Mögliche spielt irgendwie. Es gibt im Cast keine großen Ausfälle. Schauspielerisch ist der Film Bingo Bongo. Aber wisst ihr, was richtig schön gewesen wäre? Wenn dem Produzenten mal jemand gesagt hätte, halt die Fresse. Das hat nämlich offensichtlich niemand gemacht. Der Film sieht aus wie ein Til-Schweiger-Film ohne Til-Schweiger. Das ist einfach das totale Problem. Die Farbgebung, dieses Color Grading, Ocker, Orange, Gelb und so. Boah, ich kann das nicht mehr sehen. Das nervt mich volle Kanne. Das hat mich eigentlich schon in allen Til-Schweiger-Filmen genervt. Und ich dachte, wir hätten das jetzt auserzählt, aber das wird da immer noch benutzt. Und auch so, dass das dann sehr slapstickig ist, was ich mag. Ich liebe Slapstick und ich finde tatsächlich, dass zwei davon den Gags auch funktionieren. Aber wenn es dann so ernst werden soll und ernste Szenen daraus bestehen, dass irgendwie so in Zeitlupe mit so dramatischer Popmusik Leute irgendwie so auf dem Motorroller durch Berlin fahren und sich so die Straßenschluchten angucken. Und man jedes Mal denkt irgendwie so, jetzt kommt gleich Til-Schweiger mit irgendwelchen Gören um die Ecke. Ich lauf die Straßen auf dein Arzt und mir, wenn jemand noch so will. Übrigens, dass die Hauptdarstellerin, dass die Hauptfigur Erzieherin ist und deswegen da auch noch lustige Kindersituationen parat hat, macht den Eindruck einer Til-Schweiger-Einmischung auch nicht geringer. Ja, das fühlt sich halt alles an wie Kein Ohr, Küken, Hasen, Zwei Ohr, Kokobain. Das ist ja ein Erfolgsrezept, das auch funktioniert. Aber wie schön wäre das, wenn sich einer sagen würde, vielleicht kann man auch mit einer anderen Machart Erfolg haben. Vor allem, wenn das ein junger Regisseur ist wie Wiehmann, der ja eigentlich sagen könnte, ja, ich möchte das aber schon auch nochmal ein bisschen, also ich will natürlich einen erfolgreichen Film machen, aber ich will mich auch ein bisschen ausprobieren. Darüber hätte ich mich sehr gefreut. Stattdessen folgt er sehr seinem Produzenten und der Machart seines Produzenten. Dann stellt sich schnell so ein Gefühl ein wie, dann hätte der Schweiger das auch gleich selber machen können. Also als wenn dann Tobias Wiehmann so eine Art Regiepraktikant wäre. Weil es so sehr dem Schweiger-Film-Kosmos angepasst ist, dass die eigene Handschrift verschütt geht. Da das aber ja so der erste Langfilm ist, habe ich da noch Hoffnung. Ich glaube, dass Tobias Wiehmann durchaus das Zeug hat, ein sehr eigenständiger Regisseur zu werden und zu sein. Und dass er sich jetzt da beim ersten Mal so ein bisschen sehr viel hat offensichtlich, ein bisschen sehr viel hat reinreden lassen, kann ich auch nachvollziehen. Das verzeihe ich beim nächsten Film dann nicht mehr. Wir brauchen deine Hilfe. Wird sie an Fremdgekunft. Okay, aber ich mache das nur für Ole. Großstadt-Klein ist ab sechs Jahren freigegeben und ist wirklich bedingungslos empfehlbar für alle Freunde deutscher Komödien, aller Schweiger und Co., auch Schweighöfer und so. Also das erfüllt alle deutschen Komödien-Voraussetzungen, die es so gibt. Mit einem dezent besseren Cast, als man das von solchen Produktionen normalerweise gewohnt ist. Das ist eine lustige Stadt-Landei-Geschichte. Es fügt im Genre deutsche Komödie nichts hinzu. Aber wie gesagt, beim Erstling drücke ich da nochmal irgendwie ein Auge zu. Großstadt-Klein kriegt für die komödiantischen Elemente, die funktioniert haben und für sein großartiges Cast von mir solide drei von fünf Landeiern. Nur weil Ihnen Schwule Angst machen, müssen Sie ihn nicht so behandeln. So, wenn ihr jetzt hier hinklickt, dann könnt ihr euch beim Trailer von Großstadt-Klein selbst davon überzeugen. In der zweiten Hälfte des Trailers hört man dann auch die dramatische Popmusik und sieht, wie Leute romantisch in die Welt gucken. Und wenn ihr unten hinklickt, dann seht ihr meine Kritik zu Kick-Ass 2. Weil auch da nicht der ganz große Wurf. Naja. Es ist ja noch viele Wochen lang Sommer. Der Kinosommer hat vielleicht noch die ein oder andere Überraschung für uns parat. Es gab ja schon ein paar Überraschungen. Zwei, drei, vier, zwei, drei wäre ich noch offen. Und dann kommt wieder der Winter und dann ist wahrscheinlich wieder alles Sequels. Ich glaube Winter ist wieder nur Fortsetzung. Was? Und Scorsese. Stimmt, Scorsese freue ich mich drauf. Stimmt, Scorsese freue ich mich drauf.